Glamourös, sexy und elegant. Schulterfreie Looks können all das sein. Auch die Royals lieben den angesagten Off-Shoulder-Trend und zeigen, wie man ihn am besten kombiniert. Letizia von Spanien macht es vor. In einem blau-weißen Kleid präsentiert sie sich im August 2023 in Palma de Mallorca. Das schulterfreie Kleid kombiniert die Frau von König Felipe mit hellen Keilabsatzschuhen und ist damit perfekt für den Sommer gekleidet. Herzogin Meghan hingegen setzt auf ein elegantes Abendkleid mit Beinschlitz in Beige, das nur auf einer Seite schulterfrei ist. Dazu kombiniert die 42-Jährige eine schwarze Klatsch, goldenen Schmuck und trägt ihr Haar hochgesteckt. Königin Mary setzt im November 2023 auf einen dezenten und eleganten Look. Zum schwarz-grünen Midi-Kleid trägt sie schlichte Pumps und eine schwarze Handtasche. Die Hochsteckfrisur und der Ausschnitt des Kleides verleihen ihrem Look Eleganz und Glamour. Bei der World Childhood Foundation Gala in New York präsentiert sich Madeleine von Schweden in einem femininen und sexy Off-Shoulder-Dress. Das dunkelblaue Kleid mit Beinschlitz und Rüschen betont ihre Figur und unterstreicht ihre Schönheit. Die 42-Jährige kompletiert ihren Look mit goldenem Schmuck sowie farblich abgestimmten Schuhen und einer Tasche. Die 42-Jährige